Hallo und herzlich willkommen! Unser heutiges Thema ist Nominalisierung. Wir wissen ja schon, dass die Nomen nutzen wir für Dinge und Personen und die Verben für Aktionen und Prozesse. Aber mit Hilfe der Nominalisierung, sogenannte Substantivierung oder Hauptwortbildung, können wir verschiedene Wortarten in Nomen umwandeln. Zum Beispiel, das können wir mit den Verben, aber als auch mit dem Adjektiven machen. Die werden dann natürlich groß geschrieben. Ich zeige dir jetzt, wie kannst du ein Verb nominalisieren. Zur Nominalisierung einer Infinitivform wir sollten einen Artikel hinfügen. Zum Beispiel, schreiben, das Verb und das schreiben, als nominalisiertes Verb. Auf zweite Art und Weise, wie können wir das Verb nominalisieren, ist, den Wortstamm des Verbes durch eine Endung zu erweiten. Die Endung ung oder er zum Beispiel bewerten die Bewertung. Wir haben das Artikel und die Endung ung. Ich gebe dir einen Beispielsatz. Der Professor bewertet immer fair. Oder im Nominalstil, die Bewertung des Professors ist immer fair. Du kannst sagen, des Professors oder meines Professors wichtig ist, die Genitiv zu benutzen. Aber so kann dem Wortstamm eine Vorsilbe vorangestellt werden. Zum Beispiel die Vorsilbe G. Denken der Gedanke. Oder fühlen das Gefühl. Ich gebe dir einen Beispielsatz. Ich fühle mich endlich glücklich. Oder ich habe endlich das Glücksgefühl. Oder ein Glücksgefühl. Auch das Partizip 2, das Nomen kann umgewandelt werden, in Nomen. Und zum Beispiel lernen und dann gelernt. Ich habe nicht häufig verwendet, was ich in der Schule gelernt habe. Das wäre das Gelernte von der Schule habe ich nicht häufig verwendet. Wie kann man ein Adjektiv nominalisieren? Man könnte einen bestimmten oder unbestimmten Artikel voranstellen. Zum Beispiel nehmen wir zwei Adjektive Gut und Böse. Das Gute ist mächtiger als das Böse. Natürlich, das Gut oder Böse ist jetzt großgeschrieben als ein Nomen. Wir können dann auch ein Pronomen voranstellen oder ein Zahlwort. Nicht viel oder wenig. Im Alltag ist Verbalstil bequemer und anschaulicher. Aber wenn du eine Prüfung schreibst oder eine wissenschaftliche Arbeit unbedingt Nominalstil verwendet, weil er viele präzise Informationen liefert. Und im Gegenteil von umgangssprachlich ist eine formelle Form. Deswegen, du solltest Nominalstil und die Nominalisierung sehr, sehr gut beherrschen. Deswegen, ich gebe dir eine kleine Übung. Ich werde zuerst immer einen Satz im Verbalstil zeigen. Und du kannst auch in Pause klicken und selbst versuchen, wie könntest du das im Nominalstil umwandeln. Und dann könntest du den Wald weiterschauen. Das Flugzeug landete pünktlich. Nominalstil, die pünktliche Landung des Flugzeuges. Und jetzt wieder genitiv. Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben, dieses Video weiter teilen und bis nächstes Mal.